Die Vergabe der Weltmeisterschaften an Russland und Katar ist korrekt. Es liege keine nachweisliche Korruption vor. Zu diesem Ergebnis kommt der Bericht der FIFA-Ethikkommission. Allerdings gäbe es einen Mangel an Transparenz, der einen negativen Eindruck erwecken könnte, sowie mehrere unterschiedliche unangemessene Zahlungen von Mohammed bin Hammam. Genau diese zu geringe Transparenz bemängelte Chefermittler Michael J. Garcia bereits im September. In meinen Augen brauchen wir zu diesem Zeitpunkt größere Transparenz beim Prozess. Während man weiterhin die Rechte aller Parteien, die Transparenz bei Kosten, Entscheidungen, der Basis von Entscheidungen und Tatsachen schützt. Diese Regeln sollten gelten, egal ob sie Siege oder Niederlagen bedeuten. Die Spruchkammer der Ethikkommission unter ihrem Vorsitzenden Hans-Joachim Eckert kommt allerdings zu dem Entschluss, dass bin Hammam mit diesen Zahlungen nicht die WM-Bewerbung Katars unterstützen, sondern nur seine eigene Position im Wahlkampf zum FIFA-Präsidenten stärken wollte. Laut Eckert seien diese problematischen Fakten allerdings nicht geeignet, die Integrität des Bieterverfahrens um die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 in Frage zu stellen. Auch wenn die Organisatoren der WM in Russland nur eine, Zitat, begrenzte Menge an Dokumenten zugänglich gemacht haben. Begründung, die Computer der WM-Kampagne waren nur geleast und sind mittlerweile vernichtet. Gelobt wird im Urteil der Ethikkommission die Rolle Sepp Blatters, der kritische Reformen eingeführt und damit diese Untersuchung erst ermöglicht habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017